Willkommen zur fünften Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Black Panther von Ryan Coogler auf die Couch. Mein Name ist Dennis Czala und in der fünften Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Sebastian Fitzklausner dabei. Hallihallo. Und heute sind wir tatsächlich wiederum mal nur zu zweit. Aber vielleicht wird es sich in Zukunft ja auch mal ändern. Jedenfalls könnt ihr uns bei Twitter und Facebook unter Kino on the Couch finden und auch mit uns kommunizieren, wenn ihr Bock habt. Jedenfalls kleiner Hinweis, bevor wir zur Handlung des Films kommen, müssen wir an dieser Stelle eine klare Spoiler-Warnung aussprechen. Das heißt, wenn ein Film noch nicht gesehen hat, der startet nämlich jetzt da noch erst. Und beziehungsweise ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, hat er gerade den Start hinter sich. Jedenfalls werden wir relativ detailreich über den Film reden. Das heißt, wenn ihr das alles nicht wissen wollt, müsst ihr jetzt wohl leider abschalten. Natürlich eine Spoiler-Warnung bezüglich dem Patrick, unserem normalsten dritten Mann im Bunde. Ah ja, richtig, richtig. Der hat sich abgesetzt. Stimmt, alle Kino on the Couch-Beteiligten müssen den Film natürlich auch erstmal schauen. Das ist natürlich ... Wir werden den jetzt auseinandernehmen, den Streifen. Jedenfalls die Handlung vom Film. Selbst da, willst du das machen oder soll ich drüber reden? Ich mach das gerne. Mach das. Also, um es ganz kurz zu machen. Nach dem Tod des ehemaligen Königs von Wakanda, diesen Tod haben wir ja schon gesehen in Captain America Civil War. Also vor drei Filmen, glaube ich, in dem Marvel-Universum. Der ist nämlich verstorben damals in der UNO-City im schönen Wien, wo wir auch hier zu Hause sind. Danach, nach dem Tod eben, sieht sich T'Challa mit der Bürde konfrontiert, das Erbe seines Vaters anzutreten. Als Thronfolger soll er die Traditionen des isolationistischen Landes in Ehren halten. Als Black Panther soll er die futuristischen Geheimnisse seiner Heimat hüten, welche das vermeintliche Entwicklungsland Wakanda birgt. Doch während sich T'Challa daran versucht, nicht von der Größe seines Vaters erdrückt zu werden, kommen Feinde aus längst vergessenen Tagen zum Vorschein, um das Mysterium des Staates ans Licht zu zehren. Und das ist der gesamte Film gewesen und wir haben schon alles gespoilert einfach. Im Grunde schon, ja. Also genau, Black Panther ist tatsächlich schon der 18. Marvel-Film. Und wir feiern dann ja in diesem Jahr auch tatsächlich das 10-jährige Marvel Cinematic Universe Jubiläum, nachdem es 2008 mit Iron Man losging. Und jetzt sind wir in diesem 18. Marvel-Film, Chapter 6, Phase 3. Es ist wirklich grandios, aber ja, so ist das. Und wie gesagt, der Film ist von Ryan Coogler. Und ja, kleiner, sagen wir mal, kleiner Rückblick sozusagen auf Black Panther. Die Figur wurde 1966 entwickelt von Stan Lee und Jack Kirby. Hat witzigerweise nichts mit der Black Panther-Bewegung zu tun, die ist nämlich etwas später entstanden. Da gab es mal kurz ein bisschen Auseinandersetzungen, weswegen der Black Panther in Black Leopard oder Leopard umbenannt wurde. Aber da es irgendwie allen Parteien relativ egal war, wurde dann wiederum umbenannt in Black Panther. Also es gab keinerlei Probleme diesbezüglich. Jedenfalls, ja. Ja, willkommen zur Trivia-Podcast Nummer 1. Ja, ich weiß, bei diesen Marvel-Filmen, da verliert man schnell mal den Überblick. Ja, stimmt eh. Und gerade eben, also wirklich 18. Der Film ist schon nicht schlecht. Wobei man bei dem Film auch gleich dazusagen muss, dass man eben, wir haben es ja wieder mit einer Origin-Story zu tun, obwohl der Black Panther eben in Civil War schon vorkam. Es ist mehr oder weniger der Origin-Story, genau. Das heißt, den kann man auch verstehen und sich anschauen, ohne jetzt die 17 Filme vorher gesehen zu haben. Aber die Frage ist, und das stelle ich einfach dir, Dennis, um jetzt das dir einfach wegzunehmen, das Moderationswesen kurz, kann man sich, sollte man sich diesen Film auch anschauen? Ich meine, man kann sich ihn anschauen, weil es so eine de facto Origin-Story ist. Aber deines Erachtens zahlt es sich aus, ihn auch anzuschauen? Du willst wissen, was ich von dem Film halte. Jo. Okay. Ja, also interessanterweise war meine erste Reaktion nach dem Film eher Enttäuschung. Und das, obwohl ich mit, also ich bin nicht mit großen Erwartungen an die Sache rangegangen. Ich lasse mich mittlerweile nicht mehr irgendwie, nicht mehr so leicht in diesen Bann ziehen. Und habe versucht, relativ neutral zu bleiben und habe auch wenige Trailer geschaut, ich glaube, nur den allerersten. Und hinterher, ja, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht habe ich mich doch schon ein bisschen in diesen Hype mit reinziehen lassen. Ich war eher enttäuscht tatsächlich. Aber das sind bei mir auch eher so grundsätzliche Filmprobleme mal wieder. Also, warum ich sagen würde, dass mir der Film nicht so getaugt hat tatsächlich. Also, es ist ein guter Film irgendwie und er passt sozusagen in dieses Marvel-Universum toll hinein. Und eben, wie ich es schon auch gesagt habe, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, was war der letzte Marvel-Film, der rauskam. Jedenfalls ist es ja so, dass die Marvel, das Marvel-Universum bietet einfach für jeden irgendwas. Im Endeffekt pickt ihr deinen Film raus und dann passt das schon. Aber bei dem war ich tatsächlich, ich weiß nicht. Mir haben viele Sachen nicht gepasst. Also, ich weiß nicht. Soll ich gleich ins Detail gehen oder gib du mir erst mal deine übergreifende Meinung? Gerne. Ich glaube, du fandest ihn ein bisschen besser als ich. Ja, ich fand ihn ein bisschen besser als du. Also, kurz als Nachschub noch von dir. Also, Thor war der letzte Film, aber ich muss gestehen ... Ach ja, richtig. Ragnarok. Von dem war ich ja auch nicht so wahnsinnig begeistert. Ach, ich war da einfach in den Podcast verschieben. Ja, schon in Ordnung. Nein, nein, nein. Ich will auch kurz was dazu sagen. Also, mit Thor, da war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich den Regisseur eigentlich sehr gerne mag. Und dementsprechend, ich glaube, der Hand von The Wilder People und auch What We Do In The Shadows einfach so viel besser waren irgendwie. Oder halt doch ein gehörliches Maß besser. Aber ich glaube, bei beiden Filmen, da komme ich schon zusammen, beide Regisseure, die haben so eine fabelhafte Vergangenheit, eine total großartige Filmografie. Und ja, ihre aktuellen Filme, Ein von Thor, Ragnarok hier, natürlich Black Panther, ist in beiden Filmen, ja, sie haben mir schon gut gefallen, weil sie durchaus erfrischend waren. So muss ich sagen, glaube ich. Also, ich glaube schon, also, wie ich, um nur Black Panther mal anzusprechen, ich sehe genauso sehr viele Fehler in den Filmen. Und er hat unglaubliche Schwächen einfach in, vor allem, das darf ich hoffentlich schon vorwegnehmen, dramaturgischer Hinsicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwie das, was irgendwie mir durchaus gefällt, ist, dass er erfrischend war. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich schon ... Es ist sozusagen das Mindeste, was ich erwarte bei einem Marvel-Film, glaube ich. Und Marvel ist schon so eine gute ... Hat schon so eine Maschinerie auf ... Am Laufen. Am Laufen, danke. Maschinerie am Laufen, die einfach konstant Hochqualitätsprodukte rauswirft, die aber gleichzeitig auch sehr stark Popcorn-lastig und folgenlos sind, könnte man sagen. Und es sind dann immer nur die vereinzelten Filme, die mir wirklich außergewöhnlich gut gefallen haben, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy 2, wo ich einfach emotional sehr stark mitgehen konnte. Und wenn ein Film wie dieser hier zwar nicht mich emotional gepackt hat, weil es auch eben dramaturgisch Probleme hatte, dann hat er mich trotzdem hier zumindest mit anderen Elementen begeistern können, dass ich mir gesagt habe, ja, ich bin es nicht ... Ich habe den Film nicht satt gesehen, sondern ich habe mich durchaus erfreut an allem, was dieses Spektakel bieten kann. Vor allem in der Hinsicht von wie etwa Afrofuturismus und in der Ausstattung reinkommt und in das Set-Production-Design. Und das ist schon so das sehr Eigenes. Und das ist etwas, was irgendwie alles von anderen Blockbusten durchaus unterscheidet. Und ich glaube, das war einfach das, was ich eben erfrischend fand. Da stimme ich dir eigentlich eh zu. Also es ist auf jeden Fall ein Eindruck zurückgeblieben, der den Film sich abheben lässt von den anderen Filmen. Wobei es schon auch so insgesamt, würde ich sagen, es hat vielleicht mit ... Ich weiß nicht, Wonder Woman passt da nicht genau rein von DC, aber gerade mit dem letzten Thor-Film, dass man dieses Gefühl für einfach Farbe ... Und obwohl Marvel und so immer schon das Color Grading war ja immer schon bis an die Decke hochgeschraubt bei denen. Aber ich finde, gerade mit Ragnarok und jetzt mit dem hat man so ein Gefühl für eben diese ... Irgendwas irgendwie ist bunt, es ist ein bisschen greifbarer, man hat es ein bisschen lebendiger gemacht. Und das funktioniert in dem Film eben auch gut, dass diese Welt, dieses Wakanda für uns praktisch irgendwie ein bisschen greifbarer ist. Aber ich habe eben, wie du eben, wie du gesagt hast, dramaturgische Probleme. Ja, er ist schon auch sehr, muss man eben schon sagen, er ist sehr vorhersehbar, fand ich. Wobei ich nicht sagen würde, dass die Marvel-Filme insgesamt wahnsinnig Überraschungsknaller sind. Aber bei dem Film wusstest du eigentlich schon relativ genau, wie es wohl langläuft. Aber ich finde schon, dass die Schauspieler gerade der Faktor sind, der es auch so ein bisschen eben abhebt. Also ich mochte Chadwick Boseman sehr, sehr gerne. Aber mir hat auch eben Michael B. Jordan sehr gut gefallen als Killmonger. Auch wenn ich fand, dass er wiederum, und wir sind eben, falls ihr jetzt immer noch nicht ausgeschaltet habt, wir sind jetzt schon im Spoiler-Territorium hier. Ich finde eben, Killmonger ist eine Figur, der irgendwie so viel Potenzial hat und auch wirklich immer wieder mal dran kratzt, sodass du denkst, ah, der ... Ich verstehe, also wieder mal einen Bösewicht, den ich verstehen kann sozusagen. Also den man wirklich, wo man mitfühlt und die zwei Seiten gut miteinander ausspielt und sagt, hier gibt es irgendwie kein richtig, kein falsch, vielleicht so in diese Richtung. Aber er ist mir zu wenig an der Macht dann oder so. Also es geht so schnell in dem Film, dass ich hinterher ein bisschen enttäuscht war, dass dieses eben, es wird so lange etwas aufgebaut und am Ende tut sich alles recht schnell. Und Killmonger ist kurz König und dann kommt T'Challa zurück und ist wieder König und dann war es das. Also das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich. Ja, neben natürlich, wenn ich das noch ganz schnell erwähnen darf, neben mal wieder teilweise Effekten, die Visual Effects, wo ich dachte, Marvel hat echt keinen Bock mehr. Die wissen einfach, dass dieser Film Geld einspielt. 200 Millionen Dollar hat der Film gekostet und teilweise sehen da die Landschaftsaufnahmen wieder aus wie, ach Gott, so hingerotzt, wenn ich das sagen darf, denke ich mir um Gottes Willen. Also ich weiß nicht, wo die Kohle hin ist. Also teilweise fand ich es echt schlimm. Ach, ich fühle mich da gleich zu Hause bei X-Men aus dem Jahr 2000, wo dann einfach die Gummi-CGI-Figuren herumbouncen. Ist ja nur 18 Jahre her, ja. Ja, es ist ein heimatliches Gefühl, so ein heimeliges Gefühl, nicht heimatlich, wo einfach so Nostalgie aufkommt für die späte 90er Jahre. Vielleicht so wie Sprite Art und Pixelgrafik wieder an Retro-Lustgefühl erzeugt haben. Vielleicht haben sie so jetzt auch die CGI erkannt. Oh, wir sollten wieder so ein bisschen eine Gummi-Grafik machen, wie wir sie gut erst im guten alten 2000er-Jahren, frühen 2000er-Jahren kennen. Ja, ich war auch an die Olifanten aus Herr der Ringe erinnert, wenn dann plötzlich hier Nashörner umherrennen und Leute wegrammen. Das sah schon wirklich schrecklich aus, muss ich sagen. Und mir hat auch der Zweikampf am Ende, das tatsächliche Duell zwischen Killmonger und dem Black Panther, die beide als Panther unterwegs sind. Und ich glaube, unser Black Panther hat so eine violette Streifen auf seinem Kostüm. Vor allem die Kette ist oben anders. Das ist Silber gegen Gold. Ich glaube, das ist so das zentrale Unterscheidungsmerkmal. Genau, man kann sie unterscheiden. Aber es war tatsächlich so ein bisschen ... Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Tron Legacy am Ende. Es war einfach keine schöne Location irgendwie. Ich weiß nicht, es war so ein bisschen ... Also, ich meine, mit schön meine ich jetzt, sie war einfach so gar nichts. Und ich fand es dann ein bisschen so ... Ah, was ich wirklich ... Ich habe ein paar Kritiken auch gelesen. Es gibt ja echt nicht viele schlechte Kritiken zum Film, wenn überhaupt. Und trotzdem bin ich dann immer interessiert daran, was die wohl sagen. Weil ich fand den Film ja auch wirklich trotzdem gut. Aber ein Punkt, dem ich dann eben zustimmen kann, ist, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass ich Black Panther irgendwie mehr in Action sehe. Dass ich ihn trotzdem, was auch gut passt zu unserem eigentlichen Thema der heutigen Sitzung. Weil wir wollen ja eigentlich reden über eben ideologische Grenzen eines modernen Blockbusters. Und da wollen wir eben einiges reinpacken. Und ich finde es sehr interessant, dass der Film, ich weiß nicht, gewisse Probleme hat, uns hier tatsächlich dann den ersten Black Superhero richtig darzustellen. Weil er eben, ich weiß nicht, er wirkt ... Wie soll ich sagen? Er kickt zu wenig Ass, sozusagen. Also, irgendwie ist er so richtig ... Ich kann es nicht ... Weißt du, was ich meine? Also, es ist so ein bisschen, wir haben hier einen tollen Charakter, einen zwiegespaltenen Charakter, der über viele politische, gesellschaftliche Dinge nachdenkt. Aber der Black Panther, sozusagen. Man sich freut, wow, wir haben den ersten Superhero. Den ersten Black Superhero. Ist so, hätte ich schon ein bisschen ... Ich meine, ich habe ein bisschen mehr Action gebraucht, einfach beim Film, grundsätzlich so. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und es ist vor allem beeindruckend, dass eigentlich ein toller Regisseur wie Ryan Coogler, der ja schon mit Creed total interessante Actionsequenzen, auch wenn das natürlich jetzt auf einer ganz anderen formellen Ebene passiert, produzieren konnte und darstellen konnte, dass dieser eigentlich in ... Wenn er Black Panther hat, wenn er so ein Regie führt bei seiner Großproduktion, irgendwie diese Actionsequenzen ein bisschen lahm macht, lahm erscheinen lässt. Und das ist sicherlich zum einen ... Ich glaube schon, das hat einfach auch mit der Unerfahrenheit von Coogler zu tun. Ein bisschen, ich meine, es klingt so banal, weil es natürlich so Auteur-Theorie ist irgendwie, wo man all das auf ihn reduziert. Aber das ist halt schon ... Es ist halt schon problematisch, wenn man jemanden, der sich halt mit 50 Millionen Dollar ... Also von ... Sagen wir es mal, von 5 Millionen Dollar zum 50 Millionen Dollar zum 200 Millionen Dollar Film hochschwingt, in drei Schritten, nehme ich wirklich, dass, ich glaube, durchaus auch hier ein bisschen überfordert ist, wie man mit Spezialeffekten umgehen kann. Weil all seine anderen Filme eben nicht so Spezialeffekte-heavy sind eigentlich. Oder diese nur benutzt werden, um gewisse Reize zu ... Also ein bisschen was zu verbessern. Also Szenen entweder aufzuputschen oder kleine Effekte, um eben einen Eindruck zu hinterlassen. Und hier ist es halt wirklich sehr, sehr viel Spezialeffekte, die irgendwie es auch irgendwie nicht erlauben, dass es eben diese Action, wie du sagst, so richtig sitzt, könnte man sagen. Also ich muss sagen, jetzt, wenn du sagst, dass man hier den ersten größeren schwarzen Superhelden der vor allem der jetzigen Blockbuster-Ära haben, dieser Moment, wo er so dieses Gummi-Hafte hatte, was ich eben auch schon erwähnt habe und was du auch schon im letzten Kampf erwähnt hast, das erinnert mich auch an diesen Blade-2-Moment, wo Wesley Snipes gegen einer weiblichen, Vampirin kämpft. Und das sind zwei eindeutig gummihafte CGI-Figuren. Und es ist interessant, dass das aber anscheinend wichtig war, dem Regisseur, dem Team allgemeiner, dem Ganzen so eine Dynamik zu geben, diesem Black Panther halt. Und eben dieser Raubkatzen-artige Bewegungen zu geben. Und ich weiß nicht, war da irgendwas Schleichendes? Er macht ja auch keine Geräusche, wenn er geht mit seinem neuen Anzug. Das heißt, vielleicht ist das das Problem gewesen, dass irgendwie das alles irgendwie nicht ganz sitzt dadurch, dass die Ästhetik nicht ganz dorthin kommt, wo sie es hinhaben wollten. Wenn man das jetzt wirklich von der Action sieht. Ja, also gerade eben, weil dieses geschmeidige, so eine geschmeidige Bewegung ist tatsächlich wohl einfach immer noch irgendwie schwer umzusetzen, was eben mit Animationen zu machen ist. Weil ich erinnere mich auch, eben bei Spider-Man gab es auch, also von den Sam Raimi-Spider-Man-Filmen gab es eben auch Stellen, wo eben, wenn dieses Beschwingte kommt, dieses dehnbare Dynamische, das wirkt immer sehr eben langgezogen und unecht. Und das ist hier auch nicht anders, immer noch. Aber ja, ich weiß, Kugler eben in Creed hat er ja eben die Boxkämpfe wahnsinnig toll inszeniert. Aber das ist tatsächlich jetzt der Unterschied wahrscheinlich zwischen diesem Boxring, der die klare Begrenzung bietet. Und wir haben in Black Panther eben auch zwei Duelle an diesen berühmten Wasserfällen. Die Warrior Falls, glaube ich, genau. Wo sich der König, der neue König T'Challa dann sozusagen noch einmal beweisen muss, bevor er tatsächlich zum König gekrönt wird. Und bei diesen Zweikämpfen merkt man irgendwie, dass dieses Problem verschlecht wirklich an diesem Effekt und halt dem Greenscreen oder was weiß ich was liegt. weil ein Zweikampf, eben ein Zweikampf, ein Duell, ein Faustkampf im Grunde, den hat er dann irgendwie nicht so toll hinbekommen wie bei Creed. Wo ich dachte, ja, irgendwie fehlt hier so ein bisschen auch da so die Power, was mich richtig, was mich selber ins Gesicht schlägt sozusagen. Weil eben entscheidend ist für mich dann trotzdem immer noch so ein Film und das ist wirklich wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, warum ich dann insgesamt vielleicht etwas enttäuscht war, hat mich einfach nicht so richtig mitgerissen. Viele kleine Dinge fand ich toll, aber so richtig, so ein Gänsehaut-Moment, so Gefühle, kamen bei gewissen Action-Szenen auf. Es gibt diese tolle Verfolgungsjagd in Südkorea ist die, nachdem sie da aus dem Casino rauskommen und eine Verfolgungsjagd auf der Straße, die mich ein bisschen an die Matrix-Reloaded-Autobahn-Sequenz erinnert hat. Die Musik ist auch ein bisschen ähnlich. Und da kommt tatsächlich so ein bisschen der Groove mit rein. Das ist auch die längste Action-Sequenz und die ist wirklich toll. Aber eben, danach geht es so ein bisschen bergab für mich. Aber wir können ja ... Ja, willst du noch was ... Ja, ich meine, Busan, das war diese Szene in Busan, in diesem südkoreanischen Viertel in Seoul oder Kleinstadt in Seoul, ich weiß nicht, wie das genau geregelt hier ist. Das hat schon was Tolles gehabt, auch weil einfach die Verfolgung von dem Ulysses Klau, gespielt von Andy Serkis. Ja, er ist gut. Er ist einfach wirklich fabelhaft in dieser Rolle, muss man sagen. Und ich war wirklich überrascht, weil er so lahm war in Avengers 2. Er hatte so eine Wegwerfrolle gehabt. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Das muss wirklich eine Wegwerfrolle gewesen sein. Absolut. Er hatte eine Szene gehabt nach fünf Minuten oder so. Okay. Ich hoffe, ich liege hier nicht falsch. Wo sie waren da in so einem Schiff am Land. Mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Egal. Und ich hatte einfach nichts erwartet. Und er war wirklich toll. Er hatte so was gehabt, auch wenn das jetzt ein banaler Vergleich ist, aber ich nehme ihn trotzdem einfach an, wie der Heath Ledger Simon Joker von diesen Anarchen. Und gleichzeitig war er sehr verspielt und hatte konstant sich auch inszenieren können. Und das war wirklich eine schöne Rolle für Andy Serkis. Und hier muss man auch sagen, dass trotz dieser Energie, die er reingebracht hat, und trotz, dass Busan irgendwie auch wieder sehr farbenprächtig dargestellt worden ist mit sehr vielen Neonlichtern. Ich finde es geografisch auch total verwirrend gewesen dort. Ich finde, das war ein energetischer Moment. Aber wenn ich es jetzt wirklich vergleichen würde mit anderen Filmemacherinnen und Filmemachern, die eben mehr Wert auf Geografie und Action in der Geografie legen, wie Atrocastle und Bigelow, ich gehe da wesentlich mehr mit, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt genau zeigen, wie diese Handlung abläuft, genau in dieser Örtlichkeit. Also wenn man sich denkt an auch The Raid 1, 2 oder Mad Max, wo einfach wirklich niemals die Orientierung verloren geht und man immer weiß, wo die Geografie, wo die Figuren in dieser Geografie stehen. Und ich hatte keine Ahnung, warum jetzt, wer jetzt wenig verfolgt. Ich meine, es war humorvoll, es war amüsant und es war Popcorn einfach. Es war schnell, verdaulich und that's it. Und ich glaube, das ist auch so, wenn man jetzt wirklich wieder auch schon hineingehen wollte, das ist ja auch so der Aspekt hier irgendwie, dass es diese Grenze ist, dieses modernen Blockbusters irgendwo. Ich meine, ich will jetzt nicht kulturpessimistisch sagen, Blockbusters sind generell so, aber weil es eben viele gibt, die eben durchaus diese Grenzen überspringen können, diese Grenzen in Beziehung von der Dramaturgie, in Beziehung von der Action, wie etwa, wie wir gerade gesagt haben, Mad Max Fury Road etwa eigentlich eins war, der mich auf mehreren Ebenen beeindruckt hat. Aber ich glaube schon, dass das, da muss schon sehr viel zusammen spielen, dass jemand irgendwie diese Grenzen überschreiten kann. Ob es nun ist eben auf der Action, also Action meistens, aber auch, wie du es schon gesagt hast, mit der Emotionalisierung einfach. Weil ich glaube, das ist ja auch ganz zentral wichtig irgendwie, damit eine Action wirklich reinhaut, damit das wirklich einen mitreißt und mitnimmt. Da braucht es halt auch irgendwie diese Figuren, die einen emotional mehr mitnehmen, würde ich mal behaupten. Es sind so banale Aussagen, die ich heute mache, unglaublich. Nein, 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 aber es ist ja, aber ich kann dir, also ich zumindest stimme dir zu oder kann es alles nachvollziehen, was du sagst oder zumindest verstehen. Aber ja, würdest du dann aber trotzdem sagen, dass eben, um praktisch nochmal zu unserem Hauptthema mehr oder weniger überzuleiten, würdest du dann trotzdem sagen, dass es für den Film auch äußerst schwierig ist, eben so zu wissen oder zu gucken, wo er hin will oder wo er auch hin wollte, weil er eben trotzdem noch ein Blockbuster ist, aber ja auch eine gewisse Verantwortung, ist vielleicht das, ist jetzt ein, vielleicht nicht ganz passendes Wort, aber es ist schon ein Film, der jetzt für viel Aufruhr gesorgt hat, eben weil er ja in gewisser Weise auch politisch ist und auch viele Bezüge zur immer, immer aktuellen Politik zieht, weil wir ja in Wakanda praktisch ein Land haben, das sehr, sehr reich ist, aber das ja für sich alleine behalten will und mit niemandem teilen will. Also findest du, dass das ein sehr politischer Film ist oder ich meine, wie würdest du das bewerten? Findest du, der macht es gut, ein Zwischenwert, ein Zwischending zu sein zwischen Blockbuster und dieser Ideologie so ein bisschen oder? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, zumindest in der Hinsicht, dass ich hier den meisten Mehrwert genommen habe, nämlich, ich hatte zwar Probleme mit dem Emotionalen, mit Emotionalisierung, Empathie für die Figuren, die alle nett sind, sympathisch, wie du es schon sagt, Chadwick Boseman, Mark B. Jordan, die spielen alle irgendwie wirklich gut einfach und wir können, wir haben immer schöne Momente, aber gleichzeitig, obwohl der Konflikt zwischen diesen beiden Figuren, Boseman und Jordan, so perfekt angelegt ist, um eben diese Politisierung, die politischen Metaphern zu tragen, nämlich Isolationismus gegenüber, wir müssen uns dieser postkolonialen Verantwortung stellen und eben auch allen helfen, die davon betroffen sind, also ich komme da gleich nochmal genauer hin, die beide von ihren Eltern oder ihren Vätern eigentlich simulisiert werden, also wir haben beide so ein Vater, wir haben es in beiden Fällen, wie bei anscheinend allen Kugler-Filmen bis jetzt, irgendwie ein Vaterschaftsthema irgendwo im Zentrum und beide werden, es wird direkt verbunden mit ihrer Politisierung, die du gerade angesprochen hast, aber irgendwie durch diese schleißige Dramaturgie kommt das alles nicht so zusammen, dass man sich jetzt wirklich emotionalisiert wird von dem, dass T'Challa etwa sich mit dem Erbe kämpfen muss, mit dem sein Vater da ist, nicht nur das Erbe, dass er ein großer politischer Staatsmann war, sondern auch, dass er seinen Onkel eigentlich umgebracht hat, kaltblütig. Der Film versucht es eigentlich, er versucht es ja wirklich irgendwie so, er versucht es ja wirklich so ein bisschen unterzudrücken schon, ich meine, wie oft eben betont wird, eben gerade die Figur dann von Forrest Whitaker spielt mit und spielt praktisch, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er jetzt im Film? Suri? Suri, ja. Suri, genau. Und er ist praktisch, also er spielt diesen älteren Mann, der als Junge eben sozusagen gerettet wurde vom Vater, ein bisschen verschwurbelt, aber es wird ja wirklich sehr, sehr betont immer, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und dass T'Challa sozusagen ein bisschen sagt, ah, wie könnte mein Vater sowas machen und so und tatsächlich hätte ich mir dann von dem Film ein bisschen erhofft, dass er diese, tatsächlich diese Reise, die T'Challa auch geistig geben muss, irgendwie ein bisschen mehr ausweitet, weil im Film kommen eben ja Szenen vor, das ist immer kurz vor der Krönung, ist so eine Art Ritual, die durchlaufen wird, wo man, es ist wie so eine Art Nahtoderfahrung im Grunde, also wenn sowohl T'Challa als auch später eben der Killmonger mit Sand, rotem Sand zugeschüttet werden, dann sind sie irgendwie so eine Art Meditationsstatus oder eben fast schon im Jenseits, weil sie dann beide ihre Väter treffen sozusagen und ich hätte mir gerade dann irgendwie ein bisschen mehr erhofft und auch später, wenn der Killmonger den T'Challa im Zweikampf besiegt und dann wirft er ihn von diesen Warrior Falls runter und ein paar Sekunden später kommt es mir so vor, also kommt mir so vor, als ob dann T'Challa schon wieder gefunden würde und dann ist alles wieder gut. Genau dann hätte ich mir so ein bisschen eine Journey gewünscht, so eine Journey, die das Ganze so ein bisschen auffaltet. Ich dachte mir eh, vielleicht geht der Film dahin, dass er sagt, T'Challa ist jetzt praktisch weg und wir sind jetzt mit ihm unterwegs, wie er zurückfindet. Das hätte so toll gepasst, finde ich. So eine Art Journey durch, ich weiß nicht, jetzt Wildnis oder eben Schnee und was weiß ich was, da ist ja alles dabei, wo er sich so ein bisschen selber finden muss und auch dieses eben, diese enorme Last durch den Vater trägt und auch die enorme Last, die er eben trägt, Entscheidungen zu treffen für sein Volk, Entscheidungen im Grunde für ganz Afrika oder für halt, für schwarze Menschen zu treffen, weil gerade der Killmonger, das ist ja seine Figur. Also er sagt ja immer, eure Leute helfen meinen nicht, ich habe lang genug gelitten, sowas. Man hätte da echt mehr draus machen können. Ja, und ich meine, man könnte auch in die andere Richtung drehen können, dass einfach T'Challa sich dem Killmonger etwa nähert in gewissem Hinsicht. Also weil er einfach sieht, dass er enttäuscht ist von seinem Vater, dass sein Vater nicht diese mythische, hohe Figur war, die er sich imaginiert hat, sondern auch ein Mensch war und einen Fehler gemacht hat einfach und dass er durchaus eben sich, was er später auch tut, ideologisch gesehen, eben Killmonger mehr annähert. aber um ihm das auch hier so einfach einen Schnitt zu machen, denn während ich eben diese Emotionalisierung nicht hatte, ich muss sagen, ich finde, dass der Film ist so hochgradig politisch wie kaum ein anderer, wie kaum ein anderer Blockbuster der heutigen Zeitperiode. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Der Film spricht konstant seine koloniale und postkoloniale Beziehungen an und zwar ohne Wimper zu zucken und von der ersten bis in die letzte Sekunde. Der Film beginnt mit einer schönen Vergangenheitssequenz, Flashbacksequenz, wo sein Vater, das erste Wort im Film ist natürlich Baba, um wiederum mal die Vaterschaft in den Vordergrund zu stellen, einfach die Geschichte von Wakanda erzählt und gleichzeitig sehen wir auch, während die Kamera vorbeirast mit diesem schwarzen Sand, das irgendwie so abstrahiert die Geschichte von der ganzen Welt zeigt, auch die Versklavung von Schwarzafrika und in der nächsten Sekunde, in der nächsten Szene schließt es direkt an, an 1992, wo wir jetzt einen Pfad von Killmonger sehen und der kurz darauf sterben wird, in Oakland und hat ein Public Enemy Poster an der Wand, wir haben glaube ich einen Fernseher, wo kurz was zu sehen ist und ich hoffe, ich habe es nicht falsch gesehen, aber ich glaube, das sind die Race Rides von 1992. Wir haben hier Oakland 1992 in der Näheverhältnis von L.A., Oakland, was auch für Ryan Coogler der erste Langspielfilm war, eben nämlich, wo er über Fruitvale Station das gemacht hat und über diesen fürchterlichen Mord an die jungen Protagonisten, der hier gestötet worden ist, 2009 glaube ich, war das, 2008, wo er eben, also nicht der Film, sondern die tatsächliche Handlung und Ryan Coogler selbst dort aufgewachsen ist, also direkt von der Versklaven von Schwarzafrika in diesem Sklaven-Dreieck, Sklaven-Handels-Dreieck nach USA kommt direkt in der nächsten Sequenz die postkolonialen Strukturen, wie man, die man in Oakland findet oder im heutigen USA findet und das ist auch das, wo ihm Killmonger fortwörtlich zu Hause ist und das erste Mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnern könntest, aber weißt du, wie wir das erste Mal den Killmonger sehen? Welchen Kontext? Kannst du dich daran erinnern? Uh, warte mal, naja, wir sehen ihn im Museum, oder? Genau. Wir sehen ihn, genau, wir sehen ihn bei, genau, im Museum vor der Glasvitrine stehen. Genau, aber was passiert da? Ich meine, das ist genial, er steht vor der Glasvitrine in einer, okay, sorry. Er sieht doch, nein, nein, ich komme mir vor, in der Vorlesung, ich muss antworten, nein, er sieht im Grunde ja praktisch die, es sind unter anderem Masken und Waffen praktisch, die seine, in Anführungszeichen, Eroberer ja praktisch ausstellen sozusagen, oder? Er sagt doch, das habt ihr von da und da, oder er weiß das ja sogar besser, wo was herkommt dann, ne? Genau, wir haben hier eine Ausstellung über verschiedene afrikanische Kulturen, auch wir und das, einfach zusammengeschmissen, alle verschiedenen afrikanischen Kulturen in einen Raum und dann kommt eine ultraweiße Wasp, äh, Frau, Museumsbegleiterin, Kuratorin und versucht ihm das zu erklären und wie du sagst, sie sieht es falsch, dass das, was, sie hat das falsch datiert, das eine Stück, weil das natürlich ein, äh, aus Vibranium entstandenes Hacke ist oder so und die halt natürlich niemand datieren konnte von den Profis, Profis, weil niemand Wakanda kennt oder nicht diese, diese Art von Wakanda und es beginnt, also wir sind in London, im Zentrum eines der wichtigsten britischen Empire, des britischen Empires, des, eines der größten imperialistischen, äh, Länder, der, unserer Weltgeschichte und eine weiße Frau versucht einen, äh, sehr klar schwarz kodierten Michael B. Jordan mit, mit kleinen Dreadlocks oben, äh, und der so eine gewisse, äh, er hat so eine klare Identität, als sie sich als schwarz eben definiert und auch im, als, als, als black and proud, so muss man sagen, black and proud, das wollte ich mir damit ausdrücken, äh, und erklärt ihm die Geschichte von Afrika oder dieser Tribal Stücke, die er da, äh, vorfindet und er, äh, besst sie aus und dann sagt er eben, wie du schon gesagt hast, ja, ich gestehe das jetzt, das können sie nicht machen, ja doch, ich meine, ihr habt es genauso gestohlen, die europäischen Eroberer, jetzt schlicht zurück, das ist, das ist, das ist großartig und das meine ich, das ist so das, was mich wirklich begeistert hat in dem Film, dass der Film konstant Versatzstücke hat über kost, äh, postkoloniale Beziehungen und koloniale Geschichte und niemals es in eine Vergangenheitsgeschichte reduziert, im Sinne von, ja, es gab mal Rassismus und that's it, was ja leider, meines Erachtens, sehr oft passiert, vor allem bei Mainstream-Filmen, die einfach eher versuchen, äh, einen Rassismus der Vergangenheit oder einen Rassismus, der in einem anderen Region, von der man sich distanzieren kann, zu thematisieren, also um Kontrast zum Beispiel zu, also wenn man es jetzt vergleicht, die vergleichen wir von letzten Jahr zu Hidden Figures, was mehr diesen Aspekt rausbringt, auch wenn natürlich trotzdem eine interessante Geschichte erzählt, mit diesen weiblichen, äh, NASA, äh, Forscherinnen, Forscherinnen, Mitarbeiterinnen, gegenüber Get Out, wo es um einen weißen, äh, Rassismus, der jetzt halt geht, seitens von, ähm, liberalen, reichen Personen, und das ist auch, ich, also, ich, ich, ich tentee immer dann zu, so ihre Filme interessant zu finden und das finde ich eben auch in diesem Film interessant, dass er, ohne mit der Wimper zu zucken, diese, diese Brücke schlägt, von, wir beginnen mit einer Sequenz, die, den, die Versklavung von, äh, Schwarzafrika darstellt und gehen über, direkt in postkoloniale Strukturen und, und die letzte Sequenz, kurz bevor, Spoiler erneut, Killmonger tatsächlich, stopp, das brauchst du jetzt nicht mehr sagen. Ja, aber dass er tatsächlich stirbt halt, das sagt er auch, er, er könnte gerettet werden von T'Challa, aber er will es nicht, er möchte lieber sterben, weil es ist besser, ein Leben, äh, den Tod zu haben, als ein Leben in, äh, hinter Gittern, beziehungsweise in Fesseln und verweist direkt auf, auf, äh, Sklaven, äh, die aus, vom Boot gesprungen sind und sich umgebracht haben, ehe, dass sie in die Versklavung, also, ehe, dass sie wirklich dieses Sklavenleben leben mussten und zu einer, Objekt dieses westlichen Kapitalismus und westlichen Imperialismus zu werden, also, und das ist so ein, dieser, dieser Rahmen, die dieser Film schlägt, das ist, das ist faszinierend für mich eigentlich, also, ja, auf jeden Fall, dadurch hebt er sich ja dann trotzdem auch, also, es ist ja trotzdem auf jeden Fall was Besonderes dann im Marvel-Universum eben, ähm, gerade, auch weil er ja wirklich dann wahnsinnig, ähm, voll, voll gepackt ist mit, äh, Mythen und mit dem Design und mit Ideen, die alle auf, äh, auf der, aus der afrikanischen Geschichte schöpfen, bis zum geht nicht mehr, also, ob wir jetzt die, ob wir jetzt Wakanda selbst haben oder ob wir Kleidung haben oder ob wir Masken haben oder ob wir Waffen haben oder ob wir alles haben, also, äh, da wurde schon ordentlich eben Recherche betrieben, um, um das Ganze eben auch, um das Ganze eben auch, sagen wir mal, ähm, ehrfurchtsvoll irgendwie zu gestalten, also, ja, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, aber ich, vielleicht, vielleicht passt es auch überhaupt nicht, aber ich hab mich bei dieser Szene, wo, ähm, ähm, der Killmonger dann eben gerade im Museum steht vor der Glasvitrine, ein bisschen ein Demolition Man erinnert gefühlt, wenn Wesley Snipes, wenn Wesley Snipes, äh, vor der Waffe, in der Waffenkammer steht und, äh, rein will und die, die Wärter sagen ihm, äh, was, was machen sie da? Und er sagt ja, ich geh jetzt hier und hol mir diese Waffen und dann wirft er ja einen vor diesen Wärtern einfach durch. Also, das ist eine ähnliche Szene und es passt irgendwie auch, weil Wesley Snipes ja mal den Black Panther spielen wollte. Nochmal Trivia von mir. Ja, außerdem haben wir, haben wir wieder die Verbindung zu dem Gummi CGI, den wir am Anfang gemacht haben. Es ist alles verbunden. Ja. Es ist alles verbunden. Ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast ist genial durchgedacht. Äh, naja, also, ne, ja, aber, also, was ich aber trotzdem sagen muss, irgendwie, ähm, dieses Gefühl für, hast du dieses Gefühl für Wakanda dann trotzdem irgendwie auch richtig bekommen? Also, ich hab nicht, witzigerweise, obwohl da so viel drinsteckt, das hab ich ja auch gerade gesagt, hab ich irgendwie, ich habe Farben im Kopf und ich habe irgendwie, sagen wir mal, Bewegung und irgendwie was Greifbares im Kopf, aber ich kann mir, es ist ein bisschen schwierig, auch da, der Film ist schon irgendwie auch überall und eben dann schwer zu fassen, weil gerade sowas wie, wie Wakanda selbst, wir befinden uns eigentlich viel in, in Interiors und sehen eben, äh, keine Ahnung, sehr, sehr viel Dunkles. Wir sind eben der, in der, in der, von unserem weiblichen, äh, Q, äh, Pendant zu Q aus James Bond, sind wir ja in einer richtigen Forschungshalle, wo sie praktisch mehrere kleine Gadgets für Black Panther herstellt und ja, also ich hab das, also eben, die Ästhetik des Films ist, also, ich kann fast nichts nennen, in dem Film, was ich nicht ein bisschen hin- und hergerissen bin, wo ich trotzdem insgesamt sage, das fand ich interessant und es ist hängen geblieben, aber ich tu mir irgendwie schwer zu sagen, ah, der Film ist nur das, also er tut sich trotzdem so schwer, dann trotzdem ein Blockbuster zu sein, dass es irgendwie, ich weiß nicht, untergräbt er sich selbst fast schon dann wieder, oder? Also ich meine, das ist schon sehr offensichtlich, also. Ja, es ist schwierig, also ich, ähm, ich würde teilweise zustimmen, weil ich auch irgendwie Schwierigkeiten habe, eben einen Gesamteindruck von Wakanda oder seiner Hauptstadt, die wir in erster Linie sind, ich glaube, es war irgendwas so Golden City oder so, ich, ums Geschenk, ich weiß es gerade nicht mehr, so, so wie ich hieß, also so einen Gesamteindruck zu, zusammenzufassen und auch zu eben, hier jetzt vor Augen zu führen, ähm, aber gleichzeitig, es ist, ähm, ich, ich mag es trotzdem, also ich finde, es ist trotzdem ein, so ein schönes Potpourri aus unterschiedlichen Afrofuturistischen, ähm, Afrofuturistischen und Afropunk-Ästhetiken, die da zusammenkommen und ich kann trotzdem so auf Momente verweisen, welche, die eben, diese erfrischende, äh, Ästhetik hier zusammenkommt, also wenn man jetzt bedenkt, wir haben jetzt, wenn man das Little Boy erwähnt hat, von Shuri, Shuri, der Schwester von, äh, ähm, ähm, T'Challa, äh, vom Protagonisten natürlich, äh, das, das ist zwar schon so ein, dieses typische weiße Labor-Setting, was jetzt eigentlich nicht so interessant ist, aber gleichzeitig hat er es bei dieser Spirale, wo der Aufgang ist, eine Graffiti gehabt, die ganz, ganz klar so ins Afropunkige reingegangen ist, nämlich so auch sehr dicke Farben mit sehr vielen, äh, afrikanischen Mustern oder eine Idee von Afrikanism, ähm, mit, mit Mustern, mit Farbwahl, äh, produziert worden ist, und das, das ist eben das, was ich eben konstant auch hatte, nämlich auch die, äh, der Saal, die Diskussion im Saal, hatten alle wirklich interessante, äh, wunderschöne, äh, Kleidungsstücke, die alles haben von dieser, von der, ähm, eben von diesen beiden, also, mir, mir kommt es so vor, dass das diese beiden Ausstatterinnen oder die Ausstatterin und, äh, die, äh, die, die, äh, Make-up, naja, Make-up, Make-up-Designerin, oder wie meinst du? Äh, Ausstattung, Set-Design und Kleidung, also Set-Designerin, die, äh, Hannah Bleacher, glaube ich, hieß sie, und auch die Kostüm-Designerin, das war die zweite, Beachler, Beachler, danke, jetzt, genau, jetzt sehe ich es gerade auch, kann ich nur schießen, und Ruth Carter, wir haben beide das Presseheft vor uns liegen und der jetzt, äh, danke, weil Ruth Carter war die zweite, die ich gesucht habe, ich meine, Beachler habe ich falsch ausgesprochen, aber trotzdem, die habe ich gemeint, äh, das, das ist schon, die einfach sich ganz viel gedacht haben, wie können wir aus einem Afrofuturismus heraus diesen Film designen, und das ist das, was irgendwie das auch besonders macht, und vor allem, natürlich ist Afrofuturismus genauso ein Teilaspekt, der diesen postkolonialen Diskurs durchzieht eigentlich, weil Afrofuturismus ist einfach ein Vorstellen einer Zukunft, oder einer, einer Remigantation von Geschichte eigentlich, nämlich, was wäre, wie würde, also das hat glaube ich auch die Set-Designerin direkt so weiter formuliert, wie würde, äh, ein, ein Afrika ausschauen, wenn es nicht erobert worden wäre, und das ist ein spannender Punkt, also selbst, das Design, dass dadurch, dass selbst dieses Design direkt mit dem Afrofuturismus zusammenhängt, dass eben eine Idee von, dass, dass direkt aus dem Diaspora, Diaspora-Erfahrung von der schwarzen Bevölkerung, vor allem in den USA, herrührt, und dass sie eben direkt auf diesen Design-Philosophie zurückgreift, die eben nicht nur eine, ein Rückwissen auf die nostalgische, auf die Identität der Diaspora, nämlich, wie, wie, wir müssen uns zurückerinnern an die, an das afrikanische, an das Heimatland, sondern auch gleichzeitig auch die, dass das in diesem surrealistischen Stil auch konstant eigentlich, äh, eine koloniale Vergangenheit bearbeitet wird, verhandelt wird, und auch eine Zukunft gedacht wird, die Afrika inkludiert, die man meistens aus Science-Fiction-Filmen vollkommen rausnimmt, weil natürlich Afrika ist Prometivismus und nicht mehr. Und das ist schon, wie gesagt, also ich, da muss ich schon sagen, das finde ich schon ziemlich geil. Ja, okay, gut, gut. Und das ist nicht nur etwas, was ich eben sehr ansprechend finde, so ähnlich wie du es schon erwähnt hast, bei Soul of Ragnarok, wo die Farbwahl, ne, aus diesen 90er, 90er, 80er Jahre Ästhetik herrührt, soweit ich das in Erinnerung habe, es war ja so konstant diese, dieses, ähm, Flash Gordon Ästhetik der 80er Jahre, oder Queen Ästhetik der 80er Jahre, sondern, dass es eben nicht nur aus einer Ästhetik herausfällt, sondern aus einer ganz klar politisierten Ästhetik, aus einer so nostalgische Ästhetik, die mir auch gefallen hat, nämlich dieses, weil es im Farmfro war, äh, 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 energiegeladen, sondern, sondern es war eine Ästhetik, die ganz klar fundiert war, oder die ganz klar drinnen war, tief drinnen war, in dem Inhalt des Films eigentlich, oder in den Aussagen des Films. Und da sind wir nämlich wieder, kommen wir wieder zurück zu dem ganzen, warum ich den Film eben so doch irgendwie sehr spannend gefunden habe, denn der Film von der Dramaturgie her, die irgendwie scheitert leider, nämlich dem Gegeeinandersetzen von diesen beiden politischen Gesinnungen über den Dialogzeilen bis hin zur Ausstattung, ist der durch und durch drinnen und tief sitzt drinnen in diesem Diskurs zu postkolonialen Beziehungen und zur kolonialen Vergangenheit. Und das ist eben das, was ihn stark macht, und da sind wir abhüpfen, wie ich jeglichen anderen Blockbuster, den es derzeit gibt. Da bleibt dann natürlich abzuwarten, wie er sich in Infinity War schlagen wird, weil die Möglichkeit, dass er untergeht, ja irgendwie gegeben ist, dass das dann leider vielleicht wieder sehr in den Hintergrund gerät, diese ganzen Dinge, die wir jetzt toll finden in dem Film. Ja. Also könnt ihr wirklich einfach verkommen wieder zu einem von vielen sozusagen, was natürlich bei 150 verschiedenen Superhelden gar nicht so unwahrscheinlich ist. Jedenfalls, wir hatten ja letztes Jahr auch Wonder Woman, ja, und man könnte ja schon praktisch Verbindungen ziehen, dass jetzt eben ja schon nach und nach Filme kommen, die jedes Mal sozusagen einen neuen, so wie einen neuen, in Anführungszeichen, einen neuen Anfang oder ein neues Zeitalter berufen. Würdest du, wenn man das wirklich direkt vergleichen kann, weil es interessiert mich tatsächlich, was würdest du sagen, welcher Film das irgendwie, ich meine, das kann man vielleicht nicht beurteilen, aber was würdest du sagen, welcher Film das irgendwie besser macht? Oder würdest du sagen, ein Film geht noch ein bisschen weiter in seinen Möglichkeiten, als der andere und so, weil ich tue mir ein bisschen schwer, die zwei Filme zu vergleichen, aber es ist irgendwie möglich, oder? Ich weiß nicht, also. Ja, klar, ich meine, sie werden einfach gerne auch im selben, im selben Atemzug erwähnt, weil sie beide im Kontext von Repräsentation und Representation eine große Rolle spielen, nämlich man möchte sich selber drinnen sehen, sagen die beiden weißen heterosexuellen Männer, die hier sprechen. Yay. Hallo. Ja. Und eben, sie möchte sich sehen, dadurch kann man auch eben eine Rollen finden, die man vielleicht sich nicht zugetraut hätte, nämlich das ist ja auch ganz stark drinnen in diesem Denken über Repräsentation und Diskussionen über Repräsentation. Also man kann natürlich die beiden in einem Näheverhältnis sehen und in beiden Fällen war das auch ein wichtiger Punkt, der auch in der PR-Maschine ganz stark mitgewirkt hat, nämlich wir haben es bei Wonder Woman auch aufgrund der Tatsache, dass es einfach, und das ist auch ein wichtiger Punkt einfach, dass es eben der teuerste Film war, den je eine weibliche Regisseurin gemacht hat und auch der erfolgreichste Film, den je bei seinen weiblichen Regisseurin gemacht hat, nämlich die Patty Jenkins, hoffentlich habe ich es. Patty Jenkins, oder? Patty Jenkins, ja. Ja, sorry. Ich verwechsel es zu gern mit dem Regisseur von Moonlight, lustigerweise. Weil er auch so Jenkins heißt irgendwie. Wow, mein Gott. Barry, Barry Jenkins, oder? Ja, Barry Jenkins. Nur ein bisschen anders geschrieben, also die beiden darum. Okay, ja. Sorry. Und jetzt natürlich gleich auch bei Black Panther, nicht nur, dass wir hier eben diesen All-Black-Cast haben, der bei Comic-Con aufgetreten ist und alle haben gejubelt, sondern es wird auch in Black History Month herausgebracht. Das heißt, es wird auch ganz effektiv auf Blackness hingewiesen. Wir haben einen Regisseur, der einen Ryan Coogler, der eben sehr stark in all seinen Filmen über Blackness spricht, über schwarze Erfahrungen spricht, über das Leben in den USA spricht. Und ich meine, das ist ja auch hier eigentlich wieder der Fall, nämlich durch den Killmonger, der, wie du sagst, auch in diesem Jenseitsbegeben, er war eben nicht in diesem Jenseits, den Tchatchala war, sondern in der Wohnung in Oakland, hat das als Jenseits gesehen, und das war auch ein faszinierender Moment einfach. Wir haben diese mythische, aber in den Slums de facto eigentlich, also nicht Slums, vielleicht zu halte Wort, aber in der, fällt das richtige Wort hier nicht an, leider gerade, also in der Hürt, mach mal der Hürt, ist falsch, es ist egal. Aber was ich eben an, und das zweite, an der zweiten Ebene, wo sich beiden annähern, ist sozusagen die Grenzen der jemigen Blockbuster wiederum, nämlich in Hinsicht der Dramaturgie, weil beide scheitern irgendwie und enden in banalen CGI-Fechte und, und, also, Bias endet in so ein Geschnetzel irgendwie, so ein CGI-Geschnetzel. Es wird so ein bisschen so ein Brei irgendwie am Ende. Also von diesem, genau, es war irgendwie schön trennbar alles und schön überlegt, also, und dann irgendwie absehbar und dann wird so eine Art großer Brei im Kopf draus. Nicht nur sieht es nach Brei aus teilweise, tatsächlich aufgrund der Effekte, aber es ist einfach auch, es entwickelt sich zu einem Brei, der irgendwie sich halt nicht mehr, der nicht mehr das Besondere irgendwie hat und wo man dann eben wirklich deutlich merkt, dass wir trotzdem noch eben mit der Marvel-Maschinerie zu tun haben und selbst Kugler, der wirklich gerade sein eigenes Team mitgebracht hat mit Kamera und Komponist und Production Design und Make-Up-Designerin und allem drum und dran, dass selbst er seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat, im Grunde, weil er gewisse Dinge eben wohl doch dann machen musste oder eben in ein Muster reinpassen muss, damit das Ganze dann überhaupt auf den Markt kommt, zumindest mit seinem Namen dann drauf. Aber es gab ja eben, es gab aber, muss man ja sagen, ganz coole, eine Szene, die mir wirklich auch im Kopf geblieben ist, ist die, wenn der Killmonger zum ersten Mal als König, also oben ohne und mit langem Mantel, ja, hereinkommt und die Kamera über Kopf steht und sich dann einmal eben um 180 Grad dreht und eben unsere Einstellung wieder auf die normale Sicht gerade richtet und dazu eben Musik von Kendrick Lamar läuft, was übrigens, wo ich übrigens vorher wirklich dachte, dass es viel mehr Hip-Hop in diesem Film gibt tatsächlich. Nein, nicht einfach, weil, ja klar, Black Panther, sondern es wurde schon so ein bisschen gepusht, es kommen zwei Alben raus mit Hip-Hop-Musik, die überhaupt nicht im Film ist, wo du auch die Maschinerie deutlich siehst hinten dran und nicht mal im Abspann, weil manchmal gibt es ja echt Filme, die im Abspann dann irgendwelche Songs reingehaut bekommen haben, reinhauen, damit man ein Album kauft und hier kommt es gar nicht vor, es ist nur so Black Panther inspiriert vom Film, Musik und, aber ja, es wurde teilweise echt cool eingesetzt und wo du dachtest, ja, das hebt sich schon echt deutlich ab, also das ist schon eben auch wieder dieses Zwischending, aber es sind viele Dinge im Kopf, die wirklich absolut hängen geblieben sind, also vielleicht muss ich mir den Film echt noch mal angucken, ich muss echt noch mal rein, ja. Nur um ganz kurz zu Wonder Woman zurückzukehren, also ... Ja, jetzt habe ich das Thema einfach abgebrochen. Ich finde es schön, dass du noch im Soundtrack so reingekommen bist, weil der ist natürlich auch irgendwo spannend, aber wie du sagst, ich bin nicht ganz so spannend wie erwartet, irgendwie, es sind sehr viele Trommelgeräusche drin, die so ... es ist sehr Tribal-mäßig alles gemacht, mit viel Percussion und viel eben tiefe Trommel, hohe Trommelbecken, alles Mögliche dabei und es ist manchmal eben auch gemischt, der Original Score von Göransson ist gemischt mit Hip-Hop, Rhythmen, wahrscheinlich eben von Kendrick Lamar und die haben so ein bisschen zusammengearbeitet, das ist sehr interessant, aber tatsächlich ist es nicht so, also, ja, ich habe es mir schon ein bisschen anders vorgestellt, es wurde irgendwie auch so gepusht durch die Trailer, so im Sinne von, ey, Mann, Ryan Coogler nutzt jetzt hier Hip-Hop durch und durch und irgendwie sind es tatsächlich zwei, drei Stücke, die drin vorkommen und die wiederholen sich sogar, also es ist nicht das, was ich erwartet habe, ich hätte es gar nicht gebraucht, vielleicht habe ich es interessant gefunden. Absolut, also ich meine, wenn man es jetzt wieder vergleicht mit Afrofuturismus, Afrofuturismus ist ja auch eigentlich die Idee, dass es ja eigentlich so irgendwie, dieses Africanism, Africanist, wie auch immer man es aussprechen möchte, so irgendwie dieses Rückbezug auf afrikanische Kultur wieder aufgegriffen wird, aber mit modernen Technologien, modernen Grafikästhetiken und natürlich in surrealistischen Vermengungen zusammengeworfen und da würde man sich schon denken, dass eigentlich das auch in der Tonebene passieren wird und das ist aber tatsächlich sehr auratisch fast schon verglichen zu dem, was man sich eigentlich denken könnte, also nämlich dieses Remixen mit eben Hip-Hop-Klängen, also sozusagen auch hier ein Zusammenbringen von eben einem Tribal-Klängen und eben Hip-Hop-Klängen, also die das Ganze ein bisschen peppiger machen hätte können, also das ist schon ein guter Hinweis auch von dir, finde ich, also dass das irgendwie auf dieser Ebene nicht ganz so weit geht, wie man sich erwartet hätte und das ist natürlich auch wieder unbezeichnend für Marvel natürlich irgendwie, weil Marvel hat bis jetzt sehr selten sehr gute Soundtracks gehabt, aber ich hoffe, da spreche ich. Na, sie haben schon, sie haben schon, sagen wir mal, sie haben schon gute Soundtracks, allerdings sind es halt keine, die sich jetzt sagen wir mal für den, für einen in Anführungszeichen normalen Hörer, der sich nicht intensiv mit Filmmusik auseinandersetzt, sozusagen irgendwie hervorhebt. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel Doctor Strange, bei dem sehr viel mit Synthesizer gearbeitet wurde, um dieses Mystische so ein bisschen reinzubringen, auch mit orientalischen Klängen, wir haben Ant-Man, wo gerade dieses Spy-Feeling, dieses Agenten-Feeling sehr stark reinkommt, das ist so ein bisschen Mission Impossible-mäßig oder andere Spionage, Musik und Rhythmen aus den 60ern, wir haben schon Sachen, die auffallen, aber das meiste sind tatsächlich klassische, klassisch orientierte, klassisch orchestrierte, voll symphonische Soundtracks, einfach klassische Soundtracks, wie man sie sich vorstellt und das ist, in dem Fall hebt er sich natürlich trotzdem ab, Black Panther, ja, weil wir haben dieses Drumming und wir haben ein sehr, ein sehr klares, ein sehr, ein kleineres, sehr klare musikalische Definition für unsere Figuren, über die Art und Weise sozusagen hinaus, ähm, was ein normales, sagen wir mal, ein Leitmotiv oder ein bestimmtes Theme ist, was läuft, weil das, habe ich zum Beispiel kein großartiges erkannt, aber er definiert sich, die Figur definiert sich tatsächlich mehr über die Art der Musik als über ein bestimmtes Thema, das heißt, wenn ich die an Superhelden nenne und dann könntest du mir wahrscheinlich am meisten das Hauptthema nachmachen, weißt du, von Superman oder von Batman oder was weiß ich was oder von den Avengers, da könnte man das Hauptthema irgendwie nachsummen, aber bei Black Panther würde es einem schwerfallen, aber man müsste, man könnte den Stil nachmachen immerhin, also. Ja, aber das meinte ich mit diesen Grenzen, weil das eigentlich alle, ich weiß schon, was du meinst und das stimmt schon, ich wollte jetzt nicht Soundtrack reduzieren, oder Musik interessieren auf Erkennbarkeit oder auf, wow, das ist geil, sozusagen, weil natürlich Soundtrack auch im Hintergrund sehr viel mitwirkt und sehr viel den Film prägt, aber gleichzeitig, genau das ist es ja irgendwie, dass du sofort verwiesen hast auf Batman und auf, also auf beide Batmans, also aus den ersten beiden Batman-Verfilmungen, also nämlich die Burton Batmans und die Nolan Batmans oder auf Superman, die alten, aber du könntest das wahrscheinlich weniger machen, meines Erachtens bei Iron Man oder bei anderen Marvel-Figuren bis auf Avengers, die noch am ehesten einen Leitmotiv haben und ich glaube, das ist das, was sich grundsätzlich irgendwie diese Vergesslichkeit von diesen, also, dass man diese Musik, Soundtracks konstant vergisst irgendwie, dass das irgendwie so, warum ist so passiert eigentlich, warum das so stark wirkt, aber um erneut auf Wonder Woman zurückzukommen. Eine tolle Überleitung. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja, aber das Interessante, was ich irgendwie auch interessanter finde als bei den, bei Wonder Woman, bei Black Panther haben wir diesen Bezug auf die Gegenwart und auf die gegenwärtigen Probleme und das ist bei Wonder Woman meines Erachtens wenig vorhanden. Wir haben diese Ideologie-Kritik, die intrinsische Ideologie-Kritik, dass eben sehr wenige weibliche Superheldinnen gibt und dass es eben wenige Filme gibt, die eben eine weibliche Actionfigur, Actionheldinnen im Vordergrund stellen, die vor allem nicht total sexualisiert sind, muss man auch dazu sagen, dass ja dank dieser Ausstattung auch da weniger passiert, aber gleichzeitig ist es angesetzt in diesen 19, 10er Jahren, wir haben diese britischen Politiker, die sagen, ups, eine Frau, ja, 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 und das ist schon anders als jetzt Social Black Panther und Black Panther ist einfach in der Jetzt-Zeit verankert und das muss man sagen, das scheint mir auch ein wenig ein Punkt zu sein, was sich eben hier Marvel stärker als irgendwie andere Studios selbst innerhalb von den, von Disney-Konzernen aufs Revers geschrieben haben, nämlich zu schauen, wie können wir wirklich diese Representation auf eine weitere Höhe bringen, also wie können wir das weiterverfolgen, wir können das sehen dahin, dass das etwa eine banale Aussage war, dass Thor Ragnarok eigentlich, dass das, wie heißt der Regisse von Thor Ragnarok? Taika Waititi. Genau, Taika Waititi, eigentlich, der selbst in Neuseenisch ist und eben Indigenen Neuseenisch ist, eigentlich hier ganz stark imperialistische Strukturen auch behandelt, in gewisser Hinsicht, nämlich, dass das auf einmal das Empire, was eigentlich in Thor 1 aufgebracht wird, in Thor Ragnarok tatsächlich die Fassade fällt, wortwört hin, indem das Fresco runterbröckelt, man sieht hinter dem goldenen, schönen Ausstattung verbirgt sich eigentlich die Versklavung von unendlich vielen Rassen und Spezien und ich meine, das ist natürlich wesentlich enthobener, aber trotzdem, dass allein das Taika Waititi das eigentlich diskutieren durfte und beschreiben durfte, ist schon interessant und das haben wir eigentlich bei Black Panther noch extremer, vor allem, dass sie eigentlich versucht haben, ja wirklich hochkarätige Regisseurinnen und Regisseure zu akquirieren, wie eben auch Ava DuVernay, die sich genauso extrem mit eben postkolonialen Strukturen befasst hat und eben Ryan Coogler und da können wir jetzt auch natürlich jetzt fragen, ob nicht das hier wiederum so eine Grenze gefunden wird von diesem ganzen postkolonialen Diskussion, weil vieles bleibt halt zwischen den Zeilen in Ryan Coogler seinen Filmen und ich frage mich ein bisschen, ob DuVernay, die ja eigentlich die erste Wahl war für die jetzige Planung, die dann abgelehnt hat, weil sie irgendwie nicht ganz konnte mit der Marvel-Maschinerie, ob nicht DuVernay weitergehen wollte und ob Coogler nicht sich gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt, wir wollen das veransprechen, wir können das nur so ein bisschen gebeugt hat wieder. Genau, dass man einfach, man hat eben diesen Film, der durchgezogen ist, mit postkolonialen, kolonialen Hinweisen, aber gleichzeitig haben wir einen Helden, der bei der CIA arbeitet, aber aber das Spannende ist wiederum, ich, ich, zum Leid, ich mache jetzt einen kurzen Monolog, sorry, völlig in Ordnung, also Spannende ist wiederum, völlig, ich höre dir gerne zu, ich hoffentlich hören nicht mehr Leute dazu, aber ich, das fürchte ich eben nicht, sorry Leute, alle Leute, aber Spannende ist natürlich hier, dass das eben Coogler es zwischen den Zeilen trotzdem macht, also sozusagen, man kann es nicht direkt aussprechen, dass die CIA eigentlich wirklich die hauptverantwortliche Person ist für vieles, was passiert aus einer im heutigen globalen Bereich und wie das mit Ausbeutung zusammenhängt, aber es bezeichnet, dass die einzigen zwei weißen Figuren, die im Film vorgekommen sind, Martin Freeman sind, eben der CIA-Mitglied und der Andy Serkis, seine Figur, der Ulysses Klaw, ein Ausbeuter, ein direkter Ausbeuter, das Beides irgendwie so Ausbeuter darstellen, nämlich einen direkten und einen indirekten und dass das CIA zwar nicht mehr als direkt angesprochen wird, aber konstant so Seitliebe bekommt, nämlich er wurde einmal genannt, former Sklavenhalter oder sowas in der Richtung von der Jury genannt und es gibt einen Moment, den ich wirklich spannend fand, da erwähnt er, dass er eigentlich den Killmonger, dass die CIA eigentlich den Killmonger trainiert haben. Ach ja, richtig, ja. Und dass diese Verbrennungstaktik, die er dann betreibt, um eben ein wichtiges Gut von Wakanda zu zerstören, dass das eigentlich was ist, was die CIA antrainiert hat und das Witzige ist, man sieht einen Blick von einem der schwarzen Hauptfiguren, ich weiß nicht, ob es das Lupita Nurongo war oder die andere Schauspielerin, aber eine von beiden, die so sehr skeptisch auf einmal schaut und das ist ein ganz kurzer Blick, aber trotzdem, ich frage mich immer, ob Kugler das so zwischen den Zeilen so reinwirft, so sagt, okay, wir können nicht sagen, Martin Freeman ist ein Arschloch, Martin Freeman ist das letzte Dreck, weil er bei der CIA arbeitet und wir können ihn eigentlich, müssen wir ihn töten am Schluss des Filmes, weil er wird nicht getötet, aber er ist dann noch immer eine sympathische Figur und wir brauchen noch eine weiße Figur, weil wir wollen ja nicht alle weiße Personen verschrecken, aber gleichzeitig wird das schon mal hingewiesen auf einerseits wiederum postkoloniale Strukturen, sprich Killmonger konnte auf die Uni gehen, weil er bei der CIA weil er den militärischen Weg gegangen ist, was ja sehr typisch ist für schwarze Bevölkerung in den USA, die aufgrund von strukturellen Ungleichheiten einfach kaum andere Möglichkeiten haben, als dass sie in die Armee gehen und dort eben durch deren Hilfe eine universitäre Ausbildung haben, das ist schon damals so eine kurze Erwähnung zu diesem Thema und das andere ist natürlich, dass an sich schon mal dann gleitet sich auch die CIA-Taktiken als ein eigentlich imperialistisches Projekt hier adressiert wird und kurz ein skeptischer Blick kommt, der aber nicht mehr adressiert werden kann, weil so weit können wir dann auch nicht gehen. Ja, ich glaube, der Martin-Sprimans-Figur sagt ja sogar auch eben, er gehört zu den Leuten, die praktisch irgendwie zu fünft dafür gesorgt haben, ganze Regierungen oder ganze Gesellschaften zu stürzen oder sowas, genau, also diese Kritik von was man, was CIA oder USA oder wer auch immer ausbildet und dann irgendwo hinschickt und dann mehr oder weniger die Kontrolle darüber verliert, ist ja auch im Grunde wahnsinnig aktuell, das kannst du dir auf die komplette politische Lage generell gerade anwenden oder vor 15 Jahren, vor 20 Jahren schon, also. Absolut, aber trotzdem wird er nicht, obwohl er der Verständnis von CIA ist, am Schluss bestraft für das, was er macht. Ja, genau, er springt natürlich vorher auch schon einmal in eine Kugel, ne? Ja, eh. Was man irgendwie kaum sieht, ehrlich gesagt, so komisch inszeniert. So eine Rehabilitierungstaktik irgendwie, die der Film reinwirft, weil wir können nicht die CIA, weil die einfach zu wichtig ist für die gesamte, für die Marvel-Universum, wir können die CIA nicht einfach ans Messer liefern, gänzlich, habe ich so das Gefühl und das ist halt so ein Teil dieser Marvel-Maschinerie, dass das dazu gehört irgendwie, dass wir halt hier, um auch, sagen wir jetzt kurz den Bogen zu spannen, zum Schluss hin, wenn ich darf. Sicher. Dass wir, sagen wir, einerseits diese Debatte um Blackness, die auch mit dem Afrofuturismus und Afropunk reinkommt und der postkolonialen Kritik, dass die trotzdem immer wieder in die End getrieben wird mit dieser Marvel-Maschinerie oder halt begrenzt wird einfach, was auch in der Dramatik hier einfach spürbar ist oder in der Art und Weise wie Action-Sequenzen einfach formell schnell gemacht werden müssen. Also es hat, man sieht immer wieder so Grenzen, die man nicht überschreiten kann anscheinend. Was ja auch etwa bei, um wieder zurückzukommen zu Wonder Woman, ja genauso der Fall ist, dass genauso hier der dritte Akt einfach dieses CGI-Geschnetzel sein muss. Gewisse, gewisse Blaupausen, die wirklich einfach übernommen werden und dann irgendwie, bei mir zumindest eben, dann den, also Film macht vieles richtig, aber, ja mal gucken, wie, mal gucken, wie das weitergeht tatsächlich, also wie sich dieses Ganze, dieses Ganze, diese ganze Sache weiterentwickelt mit, ich weiß gar nicht, welche Marvel-Filme jetzt als nächstes kommen und ich hab da gar nicht den Überblick verloren, aber es sind irgendwie noch 100.000 Filme geplant in den nächsten zehn Jahren, aber ich bin schon ein bisschen gespannt, wie sich das wohl weiterentwickelt und auch, wie Black Panther jetzt tatsächlich ankommt generell, also das wird auch, also ich meine, die Kritiken sind eine Sache, aber mal gucken, wie er Box-Office-mäßig abschneiden wird, wenn wir dann ein paar Wochen, ein paar Wochen sehen. Aber da muss ich sagen, dass die Vorverkäufe sehr, sehr gut sind, also ich glaube, die Projektion ist schon so, dass das erste Wochenende schon mehrere, also so 140, 130 Millionen Euro Dollar. Also Marvel muss sich von mir da keine Sorgen machen. Ja, ich weiß nicht, Hungerbrot, wie nagt Marvel und Disney sicherlich schon irgendwie. Ja, ja. Müssen sie bei Brainium verkaufen oder ähnliches. Du, Marvel hat es bestimmt irgendwo, ich hab keine Ahnung, aber das ist, naja. Gut, ja, ich denke, damit kommen wir schon, 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 nach einer guten Zeit kommen wir hier zum Ende der fünften Couch mit Black Panther und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ihr könnt uns, wie gesagt, auf der Facebook-Seite finden, Kino on the Couch und auf Twitter at Kino on the Couch und ja, wir werden beim nächsten Podcast sehr wahrscheinlich, also eigentlich sehr, sehr sicher, werden wir den neuen Film von Duncan Jones, den Netflix-Film Mute, mal auf die Couch setzen, der ja angeblich im selben Universum wie Moon spielt, allerdings wie das wirklich verbunden wird, weiß ich auch noch nicht, aber wir werden es dem Ganzen mal annehmen. Durch das M. Durch das M. Durch das M. Das ist dann das Mooniverse? Ach, egal. Fritz Lang M. hat damit begonnen und das zieht sich durch. Okay, das schneiden wir vielleicht raus. Wie? Naja, jedenfalls, ja, das war es von unserer Seite. Ich danke dir auch, Sebastian. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? Klar. Ciao. Ciao. Ciao.